Oh weh, oh weh, oh weh. Wir wissen ja schon, Frau Madeleine, dass ihre Kolleginnen in Thüringen ihr heulend in die Arme fielen. Ach, die Heulsusen bei den Grünen. Tja, sehr emotional wie ihre Politik. Mit Fakten können sie schwer umgehen, nämlich mit dem Fakt zum Beispiel, dass keiner, aber auch keiner in Thüringen ihre Politik noch will. Da kann man Abhilfe schaffen. Man kann zum Beispiel dem Geheimdienst, dem Inlandsgeheimdienst unter diesem wärtigen Herrn carte blanche geben. Der wird dann nicht mehr kontrolliert und dann hat man ein schönes Leben. Man kann noch einen draufsetzen. Man kann ja im Verborgenen Gutes tun, wie wir aus einer Zeitungsanzeige wissen. Schaut sie mal in einem anderen Blog an. Im Verborgenen Gutes tun heißt der. Man kann ja auch noch eine Taskforce einberufen. Das heißt, die Grünen hören immer mit und sie sehen alles. Ich würde noch zusätzlich empfehlen, vielleicht ein Social Credit System einzuführen, damit den bösen Rechten, und das ist jeder, der nicht grün wählt, oder zumindest SPD oder vielleicht auch CDU oder Bündnis Sarah Wagenknecht, sofort die Bürgerrechte entzogen werden, zusammen mit Bankkonto. Ach nee, das haben wir schon. Bankkonten werden ja gesperrt, wenn du agitierst. Naja, packen wir das mal oben drauf. Und an der Kasse des Supermarktes sollte sofort das rote Licht aufgeleuchten, wenn du AfD oder andere Parteien wählst. Denn dann kannst du auch Gras fressen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020